Hey ihr Jimmys, was geht ab, ist der Peter Limit und wir spielen heute ein neues Online-Game, das heißt Hobo Prison Brawl. Da geht es darum, dass wir uns im Gefängnis einfach so wegboxen und so, aber jetzt kommt einfach mal die Geschichte. Also da sind wir, das ist Hobo gewesen. Okay, wir können alle wegboxen, das ist so lustig. So, und deswegen eskaliert der Streit. Wir haben die komplette Toilette vollgeschissen. Und deswegen rasselt der jetzt aus und ja, wir laufen amok. Also man hat so Fähigkeiten, Leute anzupissen, anzuscheißen und anzukotzen, aber das sehen wir jetzt einfach mal. Warte, was ist denn, hä? So, hier Junge, nimm ein bisschen Rotze, nimm, nimm, nimm. Das ist so behindert, dieses Spiel, Alter. Aber es macht Spaß. So, guten Tag. Today's Special, Crab. Heute gibt es Crab zu essen. Okay, die tun uns nichts, aber wir sind so ein richtiger Assi von der Müllhalde. Und dann, na, hast du noch Hunger auf Crab? Na, Crab? Hier, Alter. Na, komm her, komm. Komisch, dass sich alle immer zusammentun. Gegen mich hier alleine. Yo, Wrestling, Alter. Bam. Yo, was ist mit mir los? Mann, hör doch mal auf, Stühle zu werfen, du Bauer, Alter. Ich schlag dich jetzt. Das Gefängnis gehört mir, du Lauch, Alter. Hier bin ich, der Boss. Oh, da wollte er gerade Rotze auf ihn schmeißen. Ja, gut. Oh, new Combo. Ah, SS, da kann ich anpinkeln. Nice. Einmal A, zweimal S. Okay, jetzt pisse ich die Leute an. Oh. Hier, lass den in Ruhe, okay? Das ist so dumm, Alter. Baa, was ist denn da los mit dem Boy? Ich würde gerne die Geschichte hören, warum er eigentlich im Knast ist. Der hat einfach bestimmt so einen Polizisten angeschissen oder so. Habt ihr verstanden, Wortwitz? Angeschissen. Das ist nämlich ein richtiges Snitch, Alter. Boah, stell dir mal vor, ihr werdet angepisst, Alter. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Man kann aber nicht abwenden. Das ist irgendwie doof. Ich bin ja schon tot. Oh, der ist er denn, Alter. Ich bin tot. Oh. Das magst du. Ja, das gefällt dir. Das gefällt dir, du kleine Pissau. Oh, jetzt guck dir wieder glücklich. Lolololololo, ich bin glücklich. Lololololo, ich muss scheißen gehen. Wer hat mich gestört beim Scheißen? Ich wollte in Ruhe scheißen. Ihr Jimmies. Mal her, Alter. Ich muss eine Ladung auf dich setzen, Alter. Checkpoint, Drop Soap. Okay, seht ihr? Das ist der erste Checkpoint und dann könnt ihr das auch in dem Online-Game einsetzen. Alles easy. Was ist das? Drop the soap, Alter. Okay. Ich will die Seife nicht fallen lassen heute. Ich pisse einfach in die Dusche rein. Ey, was ist mit dir los, Alter? Ich darf pissen hier, okay? Keiner kann mir verbieten, in die Dusche zu pinkeln, Alter. So, jetzt bist du dran, Alter. Ich hab dir alles vollgekotzt. Gönn dir die Scheiße. Ich hab auf dich geschissen. Auf deinen Grab hab ich geschissen, Alter. Wer hat noch nicht, wer will noch mal hier ein bisschen Scheiße haben. Das Video besteht 70% aus Scheiße pissen. Aber was ist denn los hier heute? Oh, Mann. Ja, ja. Was ist denn hier mit dir los, Alter? Hier, die Beard Gang, Alter. Paar Bärte habe ich gepisst. Gegen Bärte hab ich doch nichts. Lass mich doch in Ruhe, du kleiner Punk. Was kann ich jetzt? Boah, du Kombo. A, S, A, S, Alter. So, nice. Sind die direkt down, die Jimmys. Nice, Alter. Kamil-Harr scheint zu wirken. Oh. Was ist mit ihm hier, Alter? Der Endboss. Nein. Nein. Er ist zu stark für mich. Ich muss Kamil-Harr-Kotze einsetzen. Boah, der ist echt stark. Jetzt geht mal down, Alter. Ja, er ist down gegangen. Boah, der war echt stark. Warum wirft er einen fucking Stuhl auf mich, dieser Misset, Alter? Guck mal hier, Kamera. Guck mal hier. Ja, kommt doch her. Ich pisse hier hin. Wo sind die Werder denn? Ich bin hier der Boss. Ich mach, was ich will. Kriegst die Kombo, Alter. Schmeckt die Kombo der Hölle. Ich kann nicht mehr aufhören zu kotzen. Das Essen war so schlecht, Alter. Ich hab ne Lebensmittelvergiftung. Es tut mir leid. Ich hab ne Lebensmittelvergiftung. Es tut mir leid. Ich muss kacken. Ich muss alles. Ich hab ne Lebensmittelvergiftung. Bitte, bitte. Tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte. Komm her, Meha. Hallo. Kennst du mich noch? Ich bin der Neckbreaker, Allah. Okay, er will gar keinen Streit haben eigentlich. Aber er kriegt trotzdem Schläge. Komm mal her. Ich hab hier ne Ladung für dich. Komm mal her. Ich hab hier was für dich. Komm mal her. Ich hab was für dich. Komm mal her. Ha, ha. Exodus. Der nächste Schäfer. Leute, er hat schon ne Knarre, Alter. Er hat ne fucking Knarre. Die wissen jetzt, dass ich übelste Krankheiten hab. Und jetzt müssen die... Ich hab Aids. Ich scheiß euch mit Aids voll. Nice, Alter. Das hast du ein Gun. Na, seht ihr? Bullenschweine. Junge, der schießt die ganze Zeit auf mich. Bist du dumm, Alter? Alter, keiner schießt auf mich. Naja. Ja, Leute, das war Hobo. Wenn es euch gefallen hat, jemanden anzukacken, anzuscheißen, anzupissen, dann spielt Hobo doch mal selber. Ich packe euch den Link unten rein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann hast du gerne ein Like da. Und ja, ich wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Und haut rein. Tschaußen. Tschaußen. Vielen Dank.